Jeden Tag unter härtesten Bedingungen im Einsatz. BMF ist ein hochspezialisierter Fertiger von funktionalen Bauteilen, Prototypen und Einzelteilen. Wir fertigen für die Automobilindustrie, aber auch für Sondermaschinenbau und Einzelteile. Im Durchschnitt werden in jeder Anlage über 50 gedruckte Bauteile verwendet und eingebaut. Es ist oft notwendig, die Bauteile innerhalb von drei, vier Monaten generell komplett auszutauschen. Ja, time is money. Das ist für jeden Kunden wichtig, dass eine Maschine, die einen Ausfall hat oder eine Stillstandszeit, das sorgt auf allen Seiten für eine gewisse Hektik und einen gewissen Stress. Mit mittlerweile über 200 Anlagen weltweit summiert sich natürlich dieser Bedarf an Bauteilen jeden Monat höher. Wir haben mittlerweile über 21.000 Teile auf den Markfortsystemen gedruckt. Zwei Leute davon sind nur damit beschäftigt, Bauteile zu drucken, zu verpacken und an den Kunde zu schicken. Wir benötigen eine Menge an Lagerkapazität, um alle Ersatzteile vorhalten zu können. Und wir benötigen natürlich eine Menge Zeit, um die Bauteile rechtzeitig zum Kunde zu bekommen. Im Normalfall bei Ländern, die weiter weg sind, Indien oder auch über See, benötigen wir im Durchschnitt 14 Tage, bis das Bauteil direkt beim Kunde ist. Sie können sich vorstellen, wie viel Energiekosten, wie viel Personalkosten, wie viel Lagerhaltungs- und Versandkosten Sie sparen können, wenn Sie Digital Source verwenden. Digital Source ist eine Plattform, die uns die Möglichkeit gibt, eigene Customized-Teile direkt vor Ort beim Kunde auf dessen eigenen Systemen zu drucken. Wir können jetzt den Zeitraum von etwa 14 Tagen auf einen Tag verkürzen, weil die Kunden ihre Teile direkt auf ihrem eigenen Markfortsystem drucken können und haben die Teile dann dennoch einen Tag später im Haus. Viele unserer Kunden bearbeiten sehr teure und hochwertige Bauteile in unseren Maschinen und Anlagen. Es ist existenziell, dass alle Bauteile, auch die Spare-Parts, denselben hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, wie die Bauteile, die wir direkt von unserem Lager verschicken an den Kunden. Digital Source bietet die Sicherheit für beide Seiten. Der Kunde kann die Bauteile nicht manipulieren, weil er die Daten nicht runterladen und bearbeiten kann. Und wir haben auch die Sicherheit, dass immer nur Original-Ersatzteile mit der nötigen Festigkeit und den von uns vorgegebenen Features beim Kunde aus dem Drucker kommen. Dann sparen wir natürlich bei uns eine Menge Ressourcen, weil wir Zeiten besser einsetzen können, unsere Leute besser einsetzen können. Unser Mitarbeiter können sich jetzt mit dem Montieren und Komplettieren von Baugruppen beschäftigen und müssen sich mehr lästige Teile einpacken und aus dem Lager holen und ins Lager bringen. Und der Kunde hat natürlich eine Menge an Auszahlzeiten weniger und kann in der Zeit, wo er sonst auf die Bauteile wartet, produzieren. Und das ist heute wichtiger denn je. Ich glaube, die Software-Lösung hat viel Potenzial, eine Revolution zu werden. Wir benutzen MarkForge seit vielen Jahren und können dank Digital Source die wichtige Ersatzteilversorgung jetzt von allein läuft. Die Software-Lösung hat viel Potenzial, eine Revolution zu werden. Vielen Dank.